So meine Leutchen, da sind wir wieder. Pokémon geheilt, was auch sonst. Und weiter geht's. Bären. Cool. Zwei Persimbeeren. Möchtest du sie nehmen? Ja, ich möchte die Persimbeere nehmen. Dankeschön. Ja, der Boden ist wieder. Warte mal. Was stand da eben? Warte. Noch nicht. Da, the soil returned the softened... Das heißt, soil heißt Boden. Boden. Äh, nicht unbedingt Boden, aber... Ja, Erde oder Dreck oder so. Das heißt, das Pokémon ist nicht nur scheiße, es klingt sogar wie scheiße. Es hat sogar einen scheißen Namen. Und nein, ich habe eine bessere Geheimbasis. Du willst kämpfen. Ja, du willst kämpfen. Natürlich habe ich den Kerl da oben links auch gesehen. Gegen den kämpfe ich auch gleich noch. Keine Sorge. Drei Pokémons, okay. Das fällt mir jetzt jetzt auf. Das Teil hieß nicht immer Yonic, oder? Hä? Das Teil immer Yonic? Das wäre mir aufge... Oh mein Gott. Ich habe nicht auf seinen Namen geachtet. Oh Mann. Naja. Bei Fatme ist gerade alles auch so... Yonic, Sonic. Kein Zusammenhang zwischen den beiden. Critish. Komm schon. Nein, es gibt kein Level Up. Ja, es gibt kein Level Up. Aber bei dem Trainer da oben. Los, Konfusion. Aber es fällt mir gerade jetzt auf, ich brauche eigentlich nur drei Pokémon. Also, wow. Ey, doch Level Up. Cool. Und das sind halt Sarah, Millie und Nightmare. Also, wow. Ey. Sarah entwickelt sich. Yay. Und? Oh. Into... Seamouse. Das Teil heißt Seamouse. Summary. Ah, sieht cool aus. Gucken wir mal die Werte. Heilige Scheiße. Boah, ich meine, guckt euch mal hier den Spezialangriff ein. 81 und die beiden haben nur 42... Nicht mal Nightmare mit seinem normalen Angriff kommt daran. Boah. Okay, ist klar. Sarah ist jetzt mein mächtigstes Pokémon zur Zeit. Also, ja. Um die muss ich mir erstmal keine Sorgen mehr machen. Aber keine Sorge, Nightmare entwickelt sich ja auch bald wieder. Wo ist der Trainer gewesen? Da ist er. Der hat mich von da oben gesehen? Naja, egal. Dö, 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 dö. Ach, ein Polizist. Wieso haben sogar Polizisten diese Scheißteile? Wing Attack. Und es lebt immer noch. Was zur... Wieso zur Hölle kann das Teil das? Egal. Dö, dö, dö. Ach, das ruft den Kaktus. Tja, da wird Wing Attack sehr schön wehtun. Und... Schön viel Erfahrung. Passt. Dö, dö, dö. Der hat einen Phaser. Das sehe ich jetzt erst. Äh... Nein. Und du... Item nehmen. Beleber. Doppelbette. Dö, dö, das sind Piraten. Arrrr. Yeah. Cap und Buck. Jack und... Was? Ach, egal. Die wollen kämpfen. Ach, du Scheiße. Was zum Verrecken ist das denn? Oh mein Gott. Okay, erstmal weiter auf das Teil da. Ey, komm. Das ist doch jetzt nicht ein... Oh Gott. Und Schuss. Ey, wie das aussieht. Ey, Gott. Wie sieht denn dann die weitere Entwicklung der... Oh Gott. Ah, stache Spore. Ich bin gerade ein bisschen, ähm... Geschockt von diesem Anblick, also... Boah, wie das eben aussah. Heilige Scheiße. Oh no, Captain. I'm sorry. Tja, du hast es versaut. Du hast es versaut, Mädchen. Äh, ich müsste... Ja, zwei Paraheile hab ich noch. Die Teile zahlen sich aus. Ja, das tun sie. Wenn man bedenkt, wann ich sie gekauft habe... Da kommt man zu dieser dämlichen Geheimbasis. Jetzt hierbei... Der latscht da ein bisschen, oder die latscht da. Keine Ahnung, whatever. Ich hab einen Diamanten gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du's nochmal sagst, klau ich ihn dir gleich. Pokéminer. Opile. Okay. Millie, it's your turn. Wing Attack. Nicht sehr effektiv. Schade. Kopfnuss. Au. Geheimpower. Oh, war kritisch. Ich dachte schon. Nochmal Geheimpower. Ach komm, das Teil hau ich mit Millie weg. Ich muss nicht extra auf Nightmare switchen. Nochmal Geheimpower. Oh man. Headbutt. Und jetzt. Wing Attack. Beendet. Ach komm schon. Na gut, dann beende es mit einem schnellen Rückzug-Hieb. Und schau. Komm schon, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Uh, schöne Erfahrung. Und da. Sodapops. Oh yeah. Nein. Ja. Ich hab's gesehen. Super Trunk. Also ich glaube, ich hätte die ganzen Sodapops nicht kaufen müssen. Hier gibt es so viele Supertränke von diesen Teilen. Ach, egal. Hat mich ja nur knapp 9000 gekostet. Äh, oben oder links? Hier ist nur eine Geheimbasis und nur eine Geheimbasis hat... Da braucht es Surfer oder wie? Okay, nein, da... Kann ich Surfer benutzen, wie es aussieht? Warte mal. Da, achtet mal auf die Lücke da und zack, der Stein ist da. Meine Eichhörnchen sind cool. Warte mal. Mir ist hier nuscht. Ach, vielleicht muss ich da unten... Das kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass ich da unten lang muss. Muss ich denn lang? Also irgendwo hier muss ich ja wohl lang. Erstmal, der Stein muss weg. Obwohl, Moment, Moment. Da unten... Geht's nicht weiter wegen Surferstrecke. Okay. Und der Stein ist schon wieder da. Okay, ich bin grad ein bisschen verwirrt, wo ich langen muss. Hier? Ja, hier. Du willst kämpfen. Du willst kämpfen. Da, 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 da... Da, da, da. Soll ich eine... Nein, ich will keine deiner Songs hören. Schon gar nicht, wenn du so aussiehst. Hey! Ein burn code... Burn. Ja, burn code. Wing Attack! Der hat gesessen. Komm, einen noch, den krieg ich ein Level ab. Was kommt jetzt? Also, das dann. Das Wing Attack Plum ist effektiv. Und tschüss. Das müsste eigentlich ein Level Up sein, wenn es nicht allzu wenig Erfahrung gibt. Jawohl, Level 30. Ich glaube, ich habe verloren. Ja, das hast du, Jungchen. Ja, das hast du. So, jetzt halten wir noch auf 30. Dieses Game macht einfach so fucking Spaß. Im Gegensatz zu schwarzer Edition. Die finde ich verdammt langweilig. Ich gehe doch keinem Kampf aus dem Weg. Wie sehe ich denn aus? Jo, hi, du. Warte, was? Ach so, jodela, hi, hu. Jodela, 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 hi, hu, hu. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Oh Gott, ich habe gejodelt. Oh Gott, ich habe gejodelt. Hm, fast. Ach so, der ist zurückgewichen. Ich dachte schon. Krötisch. Nicht effektiv, hat es trotzdem gebracht. Moment, Nightmare müsste sich auf 36 entwickeln, wenn das die gleichen... Ach, das wird schon passen. Bats und Bats. Erlebt. Hm, schade. Focus Energy! Ähm, ach, benutzen wir mal eine Feuerwirbel. Bam. Okay, nicht mal mehr in die Hälfte. Der jodelt und nein, ich werde jetzt nicht vorlesen, was da statt. Ja, hier geht's weiter. Hm, 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 hm. Und ja, Leute, im nächsten Part erkunden wir diese geheimnisvolle Höhe. Haut rein!